Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch wieder herzlich willkommen zur neuen Folge von MovieVirgins. Da es sich um ein neues Format handelt, möchte ich euch ja noch einmal kurz erklären, um was es hier genau geht. In MovieVirgins werde ich mich mit Leuten unterhalten, welche bekannte Filme, Klassiker oder genre-technisch relevante Filme bis kurz vor dem Podcast noch nie gesehen haben. Mich interessiert hierbei besonders, warum mein Gast diesen Film vorab noch nie gesehen hat und wie dieser Film heute auf diese sogenannte MovieVirgin wirkt. Interessant ist auch die Frage, wie der Kult oder der Ruf der Filme die Wahrnehmung beeinflussen. Am Ende kann man vielleicht die Frage klären, ob die Filme auch heute noch funktionieren. Heute habe ich mir einen anderen Podcaster eingeladen, der auf den ersten Blick gar nichts mit MovieBreak zu tun hat, auf den zweiten Blick jedoch mehr als gedacht. Ich habe eingeladen Max Rauscher. Max, erzähl doch mal den Zuhörern, woher man dich kennen könnte und was du so machst. Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir hatten ja selbst schon mal miteinander zu tun bei mir im Podcast, beim Telehorst. Und wer den Telehorst kennt, der weiß, dass da auch der Stu mit dabei ist und der wird dem einen oder anderen MovieBreak-Podcast-Lauscher wahrscheinlich sehr geläufig sein, denn ich glaube, der ist in jedem MovieBreak-Podcast mit vertreten. Ja, es gibt nur ganz wenige Formate, wo Stu wirklich nicht dabei ist. Genau, und ja, wenn ich nicht beim Telehorst bin, dann treibe ich mich auch mal beim Tele-Stammtisch rum. Und ja, wir beide sind in Kontakt gekommen über Stu und hatten da dann auch eine gemeinsame Folge zum Thema Filme, die eine Milz beinhalten. Ja, ich erinnere mich, als ich mir die Thematik gesagt habe, war ich ziemlich schockiert. War aber am Ende eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde. Ja, ich finde super, also viel gelacht und die ist auch sehr kurzweilig geworden, obwohl sie, glaube ich, über zwei, eineinhalb Stunden dauert oder so. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, eine Stunde alleine reden wir über Abgeschnitten beziehungsweise haten wir über Abgeschnitten. Ja. Das war sehr amüsant. Den hast du mir ja indirekt eingebrockt damals. Ach komm, dir hat es auch gefallen. Natürlich hat es mir gefallen, mein Gott, über einen Christian-Alwart-Film zu lästern. Das ist immer wieder schön. Das war ja Pandemie und Lockdown. Kann man sowas schon machen. Also ich kann an der Stelle wirklich nur jedem empfehlen, der den Telehorst noch nicht gehört hat. Schaltet ruhig mal rein. Sehr, sehr lustige Folgen mit dabei und macht immer wieder Spaß, euch zu hören. Vielen Dank. Das würde ich jetzt auch sagen, aber dann klinge ich sehr arrogant. Deswegen habe ich das für dich übernommen direkt. Ja, du hast heute einen ganz besonderen Film mitgebracht, weil du hast bis gestern den Film Rambo First Blood noch nicht gesehen. Bevor ich dich frage, wie du den Film fandest und wie er auf dich gewirkt hat, willst du einmal kurz zusammenfassen, worum es in Rambo geht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wirklich viele Leute den nicht kennen. Ja, also ich meine, es ist die klassische Story des Veteranen, der nach Hause kommt. Nee, er kommt eigentlich gar nicht nach Hause. Zu Beginn will er jemanden besuchen aus seinem alten Bataillon. Ich glaube, der letzte Überlebende sogar, was man dann im Laufe des Films dann feststellt. Und er muss dann feststellen, dass dieser alte Freund an Krebs gestorben ist. Und der gute John Rambo ist dann sehr geknickt und streunt herum durch das Städtchen Hope. Und der Sheriff sieht ihn und denkt sich, hu, der Kerl sieht nach Ärger aus. Das ist ein Landstreicher, den will ich nicht in meiner Stadt haben. Und verweist ihn mehr oder weniger aus der Stadt. Aber Rambo lässt das nicht mit sich machen. Nein, er geht wieder zurück, als er an die Stadtgrenzen gesetzt wird. Der Sheriff nimmt ihn daraufhin wegen Landstreicherei fest. Und ja, dann kommt es auf dem Revier zu einigen Handgreiflichkeiten, die aber aufgrund von posttraumatischen Belastungsstörungen während seines Vietnameinsatzes hervorgerufen werden. Und kurzerhand zerlegt er ein bisschen das Revier und flüchtet dann in den Wald. Und dann versucht die Polizei ihn irgendwie aus dem Wald wieder zurückzuholen. Dann gibt er einen Kopf drauf und so weiter und so fort. Und am Ende ist es mehr oder weniger ein Kampf des Städtchen Hopes mit der Nationalgarde gegen Rambo, der sich im Wald verschanzt. Ja, das ist der Film. Du hast schon mehr in den Plot reingebracht, als eigentlich nötig. Ja, das ist der Film. Das ist das, was er bereit ist, was er zu tun hat. Du hast nicht gewonnen, dass du mit einem Experten in Guerrilla-Warfare bist. Du hast mich 200 Menschen gegen dein Junge gegen dein Junge ist eine no-win-Situation für uns? Du hast das, das nicht vergessen, eine Sache. Und eine gute Anzahl von Body-Bags. Sylvester Stallone This time he's fighting for his life First Blood Ich finde es ja sehr wichtig, dass man vor allem auch diese erste halbe Stunde des Films bedroht Ja, das stimmt. Wir werden ja auch gleich nochmal darauf eingehen, wie generell vorher der Film auf dich wirkt also von den Erzählungen her Aber du hast recht, also in Rambo steckt mehr drin, als es auf den ersten Blick scheint Und ich kann für mich sagen, für mich ist Rambo First Blood der beste Teil der Rambo-Reihe, sogar mit Abstand Aber jetzt interessiert mich natürlich Wie fandest du Rambo? Ich fand den ganz gut Ich muss halt nur leider dazu sagen, ich habe ja nicht das Privileg, dass ich den schon früher gesehen habe. Deswegen liegen zwischen dem Film also zwischen dem Dreh und meiner Erstsichtung vier Jahrzehnte in etwa Und die merkt man den Film an der einen oder anderen Stelle auch an Es ist Es ist tatsächlich so in manchen Ecken und Enden ein bisschen typisch 80er Und typisch 80er bedeutet für mich Man kann ein paar Sachen vielleicht nicht so wirklich ernst nehmen Obwohl sie ernst gemeint sind Aber so im Großen und Ganzen Ja, ein toller Film Und woran lacht das jetzt, dass du bisher den Film noch nie gesehen hast? Ist es nicht dein Genre oder ist die Thematik nicht deins? Woran lag es? Also ich glaube in erster Linie, es ist nicht meine Genre Wobei ich tatsächlich nicht sagen würde, dass ich Rambo 1 Also den ersten Teil in so ein klassisches Hau drauf Action Kino irgendwie reinquetschen wollen würde Weil ja, es explodiert zwar an der einen oder anderen Stelle was Und es kommen auch große Knarren drin vor Aber so Der Hauptaugenmerk liegt eigentlich doch dann ein bisschen stärker auf der Charakterentwicklung von John Rambo Als das jetzt bei solchen Filmen üblich ist So richtig interessiert? Na ja, keine Ahnung Es gibt halt so viele Filme, ne? Wenn ich jetzt jeden kennen würde Dann wäre ich entweder schon älter Oder Keine Ahnung Ich hätte weniger Zeit Und ich muss ja nebenher muss ich dann auch nochmal essen und Schach spielen Und solche Dinge irgendwie machen Von dem her Ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen Faulheit Und manchmal muss so ein Film Ich muss dann auch oft mal Lust haben auf sowas Da interessiert mich doch mal direkt Also es hat sich ja wirklich etabliert Rambo, ein Mann Armee Einer gegen alle Ich töte Leute mit dicken Knarren oder mit meinem Messer Und Rambo ist ja im Endeffekt schon fast der Inbegriff des Actionkinos geworden Zumindest Ende der 80er Hattest du jetzt beim ersten Rambo im Vorfeld gedacht Dass dich auch diese klassische Hau drauf Action erwartet Also so ein richtiger Actionreißer Oder war dir im Vorfeld schon bewusst, dass es eher ein Action-Drama ist? Oder vielleicht sogar ein Drama mit Action-Elementen, wenn man so möchte? Also das war mir bewusst Ich wusste nur nicht in welchem Verhältnis, dass das zueinander steht Und das war halt auch irgendwie dann ein bisschen die größte Überraschung jetzt bei der ersten Sichtung des Films Und ich glaube, ja Also sagen wir mal so Man darf halt eben nicht den Fehler machen, dass man Rambo als Figur Also dass man den Rambo 1 mit den Rambos aus Rambo 2 bis 5 irgendwie in einen Topf wird Weil ich glaube, der hat sich, habe ich gehört Der hat sich dann so während der Folge schon ziemlich verändert Ach, du kennst ja die anderen Teile noch gar nicht, richtig? Ich kenn die anderen Teile auch nicht, ne Ich meine, ich werd jetzt dann demnächst auch für Telehorst dann Rambo 5 anschauen müssen Die anderen drei dazwischen, die werd ich da wahrscheinlich aus Neugier irgendwann mal gucken Tatsächlich, ich bin sehr überrascht gewesen, dass in den ersten 20 Minuten der Film halt super langsam ist Eigentlich Ich war auch sehr überrascht, dass der Film an sich nur 90 Minuten dauerte Und ja gut, Action, ja es kommt Action vor Und es ist halt immer diese 80er Jahre Action, so diese typische 80er Jahre Explosion Ich meine, du fährst in ein Auto rein, welches parkt und das Auto explodiert, als hätte es eine Atomrumme geladen Und sowas ist halt in dem Film auch mit dabei, aber mein Gott Es ist ja auch ein Produkt seiner Zeit, ne? Eben, genau Es zog sich ja bis in die 90er oder 2000er auch rein mit Cobra 11, ne? Ja, Cobra 11 ist die Speerspitze des Action-Tinos Du hast vollkommen recht, die ersten 20 Minuten sind langsamer erzählt Aber am Ende finde ich, dass der Film kein Gramm zu viel hat Also das ist so genau die richtige Balance Und die ersten 20 Minuten sind für mich auch notwendig Weil sonst der Film an sich keinen Sinn macht, in meinen Augen Ja, das stimmt Ansonsten würde er einfach ein Revier zerlegen und im Wald Im Wald dann auf Polizistenjagd gehen Wobei er das ja nicht macht, das ist ja das Schöne Und ich finde, der Film, also ich habe mir gestern während der, sagen wir mal während der ersten Hälfte Ich habe mir schon gedacht, okay, der Film, wenn der jetzt ein Remake heutzutage bekommen würde Ob er das soll oder nicht, das sollen andere entscheiden Aber dann wäre das schon ein gutes Statement gegen die Polizeigewalt an sich in den USA Ja, klar Jetzt ist es natürlich mit der Polizeigewalt aktuell und akut Aber selbst damals war es ja auch schon ein Statement dagegen Also er hat ja wirklich viele Elemente mit drin Die sind vielleicht nicht immer gut ausgearbeitet Die aber ja schon auch die politische Lage oder auch die Lage in den USA so ein bisschen beschreibt Ich bin leider ein bisschen zu jung Ich glaube, der Film, wann kam der raus? 80? 81? 83 83, siehst du, da war ich zwei Jahre alt Guck mal, ich war noch nicht mal geboren Ja, siehst du mal Lässt dir mal von einem alten Mann erklären, wie das Leben da war Bitte Max, erklär mir die Welt Ich erklär's dir Ne, ich habe heute mit einem Arbeitskollegen auch ein bisschen drüber gesprochen Der hat dann auf Netflix von so einer Vietnam-Doku erzählt Und eben dann auch, wie die Veteranen heimkamen und so weiter Und was halt eben sehr interessant ist, ist, dass streckenweise die Veteranen, die ja zurückkamen Auf der einen Seite von der Hippie-Seite eben als Kriegstreiber verschmäht wurden Und beschimpft wurden Und auf der anderen Seite von den Leuten, die mehr oder weniger sehr patriotisch unterwegs waren Wurden sie ja mehr oder weniger als Versager angesehen Weil sie diesen Krieg verloren haben Von dem her Also mich verwundert's überhaupt nicht, dass diese Generation so viel Filmstoff bietet Ja, das find ich eigentlich ganz interessant Durch deine Erstsichtung jetzt Der Stoff ist ja nicht neu Also es gibt ja dann auch viele Filme, die einen ähnlichen Ablauf haben Die sich dann auch mit Vietnam-Veteranen befassen und ähnliches War das jetzt für dich dann eigentlich gestern mehr so eine angestaubte Story Oder findest du sie immer noch aktuell und auch gut? Ne, also angestaubt auf keinen Fall Aktuell vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Aber gut auf jeden Fall Weil ich meine, es gibt viel zu erzählen über diese Zeit einfach Ich glaube, der aktuellste Film zu dem Thema war jetzt The Five Bloods Den fand ich auch sehr spannend Und im Prinzip ist es eigentlich so eine Art Rambo-Story Zumindest von diesem einen Hauptcharakter Dessen Namen ich jetzt nicht weiß Der aber für den Oscar hätte nominiert werden sollen Und ja, es wird nie so wirklich aussterben Glaube ich, diese Form des Umgangs mit Trauma Ich meine, es sind ja auch interessante Persönlichkeiten Die da zurückkehren, meistens Weil ich glaube, das, was die Leute im Krieg erlebt haben Das haben, ich behaupte jetzt mal Leute, die im Irak oder in Afghanistan waren Glaube ich, nicht so in dieser Form irgendwie erlebt Weil, ich weiß nicht, Vietnamkrieg hat ja immer diese Komponente mit dabei Dass die USA irgendwie halt verloren haben Unterlegen waren in einer gewissen Art und Weise Und halt auch sehr viel Schaden genommen haben Und ich meine, das ist jetzt bei den anderen Kriegen ja meistens nicht so der Fall Da ging ja die Amis meistens als Gewinner hervor Ja, glaubst du denn, dass die Kriegstraumata von John Rambo In dem Film relativ gut rübergebracht worden sind? Also, man hat ja immer wieder diese Flashbacks Wenn er an diesem Kreuz hängt Und dann auch von den Vietnamesen dann da mit dem Messer malträtiert wird und sowas Ja, ich glaube, man wird es Also, heutzutage wird man es anders darstellen Ja, glaub ich auch Ich denke, dass die Leute damals vielleicht noch nicht so weit waren Ich meine, wir haben jetzt, wir sind ein bisschen aufgeklärter In den vier Jahrzehnten ist ja auch viel passiert Vor allem, was jetzt, was Psychologie angeht Wie Menschen gelernt haben, über Gefühle zu sprechen oder sich zu öffnen Das ist ja damals was komplett anderes Ich meine, du merkst dann eben bei Rambo schon Ich glaube, es kommt in dem ganzen Film eine einzige Frau vor Ganz zu Beginn Und der Rest ist mehr oder weniger Testosteron-Karussell Und die Leute verhalten sich dann eben auch sehr männlich Zumindest, was jetzt die Cops angeht Und es sind eben auch diese typischen Beleidigungen gegenüber Homosexuellen Immer wieder so Es wurde halt damals so geredet Wenn man so richtig männlich sein wollte Und ja, wie gesagt Es würde jetzt anders dargestellt werden Ja, definitiv Also, du hast recht Einfach Produkt seiner Zeit Und wenn man mal drüber nachdenkt Hätte man diesen ganzen Konflikt ja auch durchaus anders lösen können Wenn es eben in diesem ganzen Film nicht diese toxische Männlichkeit Von so gut wie allen Akteuren gäbe Ja, ja Schlussendlich ist ja nur, wie hieß er, Deputy Mitch Der von David Caruso gespielt worden ist Das ist ja der Einzige in dem Film, der irgendwann mal sagt Hey, ist vielleicht nicht alles ganz so gut, was hier gelaufen ist Und wir sollten vielleicht einfach mal darüber nachdenken Und einfach mal versuchen, das Gespräch zu suchen Und sowohl die Polizisten Als auch ab einem gewissen Zeitpunkt Rambo Die juckt das ja nicht mehr Also da geht es ja dann wirklich nur noch darum Wer hat den größeren Penis, ne? Wobei bei Rambo ist es immer so Ich habe mir dann immer die Frage gestellt Ist der irgendwo an so einem Punkt, wo er denkt Jetzt kann ich nicht mehr zurück Und er hat ja ein, zweimal hat er ja versucht Sich irgendwie zu ergeben Irgendwie wurde das nicht so wirklich angenommen Ja, ich glaube, der Punkt, wo er nicht mehr zurück konnte War der Moment, als sie mit der Panzerfaust auf ihn geschossen haben Wo er sich in der Höhle versteckt Weil danach klaut er doch den LKW Fährt in die Stadt, holt die dicke Wumme raus Und schießt, glaube ich, drei Minuten erstmal Auf sämtliche Gebäude, die irgendwo da rumstehen Das ist so, keine Ahnung Man könnte es als Übersprungshandlung bezeichnen Hätte man kurz drüber nachgedacht Ich meine, das fand ich auch sehr lustig Darüber nachgedacht hätte man festgestellt Ist vielleicht nicht die beste Idee, um seinen Standpunkt K zu machen Ne, ne Aber wie gesagt, man hat dadurch dann auch ein paar ikonische Bilder Für die Filmgeschichte bekommen Und, also ich habe mich da doch gefragt Wieso fährt er jetzt mit seinem Lastwagen irgendwie in eine Tankstelle Obwohl er eigentlich niemandem irgendwas Böses will Zerlegt er diese Stadt gerade komplett Zumal er auch nicht wissen konnte, dass die Stadt irgendwie schon evakuiert worden Ne, die ist, glaube ich, gar nicht evakuiert worden Ich glaube, der Sheriff hat nur gesagt Nein, die Böse ist evakuiert, als sie brennt Ja, wunderbar Aber naja, gut, okay Das sind halt die 80er irgendwie Ich meine, alleine dieses Bild Wenn er mit dem dicken Maschinengewehr dann da steht Und alles dann kaputt schießt Wenn du dir irgendwann die anderen Teile anguckst Wirst du feststellen, das ist ein wiederkehrendes Bild Was du da gesehen hast Weil ich glaube, Teil 2 ist es auf jeden Fall Im dritten, glaube ich, auch Und auf jeden Fall im vierten Da reicht ihm ein Hand-MG nicht mehr Der nimmt einen Stand-MG von einem Auto Und schießt dann einfach wahllos alles kaputt Und im fünften trägt er dann das Auto herum Mit dem Stand-MG drauf Und jemanden, der es bedient Im fünften war er wahrscheinlich schon zu alt Und konnte es nicht mehr hochheben Ich meine, da ist es Boah, du tust mir jetzt übrigens schon leid Dass du den fünften Teil gucken musst, wirklich Ja, keine Ahnung Teil 4 und Teil 5 liegen ja gar nicht so weit auseinander, oder? Na doch, der vierte ist, glaube ich, noch von 2007 Ja Gott, das ist ja nur ein Jahrzehnt Da war Sylvester Stallone auch schon alt Ja, man merkt es auch Also sobald in Rambo 4 Sylvester Stallone rennen muss Sieht man, wie alt er ist Also er rennt nicht normal, dass seine Beine sich bewegen Sondern er wirft seinen massigen Körper nach vorne Um sich nach vorne zu bewegen Es ist natürlich schon Es ist wahrscheinlich irgendwie Kräfteverargerung nach Kepler Ja, oder Ja, oder es war dann einfach auch zu viel Botox im ganzen Körper Ich muss mich übrigens berichtigen Der vierte kam 2008 raus Wobei Gut, da werden mich jetzt dann Vielleicht auch dann die Zuhörer wieder für hassen Ich finde, der vierte ist der Der beste Nachfolger auf jeden Fall Aber lass mich raten Da ist er doch dann wahrscheinlich irgendwo In irgendeinem Dünenbunker in Afghanistan Das ist er im dritten Ah, okay Im zweiten ist er im Dschungel Frag mich aber nicht mehr in welchem Und im vierten ist er, glaube ich, in Burma Und den finde ich aber auch nur so gut Weil der so sehr, sehr schlank inszeniert ist Da ist auch kein Gramm zu viel drin Der geht, glaube ich, gerade mal 80 oder 85 Minuten oder so Und der haut von vornherein einfach auf die Kacke Und gerade im zweiten und dritten Teil versuchen die dem Ganzen Dann eben nochmal eine Tiefe zu geben Ähnlich wie im ersten Teil Was aber einfach nicht funktioniert Also für mich ist es so Dass der erste Teil wirklich noch eine gewisse Tiefe hat Dass man über diverse Dinge nachdenken kann Und im zweiten und dritten funktioniert es einfach In meinen Augen nicht mehr Ich finde es übrigens lustig Der erste Teil, der hört ja relativ abrupt irgendwie auf Also finde ich jetzt Das ist so mehr oder weniger Der hört mit einem Gespräch auf Hätten die Coen-Brüder nicht anders gemacht, glaube ich Ja, und zumal Ich finde die Action gut inszeniert Das gefällt mir Das passt eben in diese ganze, in die Geschichte rein Aber so richtig Bombast-Action, finde ich, hast du auch nur Wenn er eben die Stadt zusammenschießt Schlussendlich bringt er ja auch keinen um Also zumindest keinen, dass wir es sehen können Nee Er lässt ja Leute auch vor der Kamera gern am Leben Genau Sehr, sehr plakativ Also Ja, und der Bombast, wie gesagt Also wenn sie den weggelassen hätten Dann hätte es mir persönlich wahrscheinlich auch noch besser gefallen Aber wie gesagt Die 80er Jahre haben das wahrscheinlich gebraucht Ja, und es ist auch immer noch ein Silvester Stallone-Film Eben Das darf man ja auch nicht vergessen Stallone ist auch so ein bisschen Fehlt Streckenweise sehr fehlinterpretierter Also er ist ein Action-Star, ja Aber ich finde auch bei Rocky steckt ja mehr dahinter Ja, klar Und auch wenn du sagst Copland ist ja ein grandioser Film Der gefällt mir immer noch sehr gut Ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsfilm mit Stallone Oh, dann muss ich da vielleicht doch nochmal einen Blick drauf werfen Weil ich hatte den als relativ fad im Kopf Muss aber sagen Ich glaube, ich habe den gesehen, als er rauskam Und da war ich zwölf oder dreizeh Dann ist es klar Der war auch Also für mich war der früher fad Und er hat halt jetzt so eine gewisse Tiefe Aber das einfach nur, weil du Weil man dadurch, dass man älter geworden ist Merkt, wie sich verschiedene Gruppen von Erwachsenen Hinsichtlich Korruption miteinander verhalten müssen Um zu überleben Ja, wie gesagt, als Copland rauskam Da war ich gerade in meiner Schwarzenegger und Stallone Phase Da haben mir dann so viele wie Cliffhanger und sowas Einfach viel, viel besser gefallen Als irgendwelche Thriller Wo wir gerade die Action hatten Ich glaube, eine der legendärsten Szenen Oder Szenenabschnitte Ist wahrscheinlich die Verfolgungsjagd im Wald Wenn er sich dann nur mit seinem Messer bewaffnet Versucht, vor den Polizisten zu verstecken Aber auch zu verteidigen Hat es dir gefallen? Es war für mich tatsächlich ein bisschen So die Erwachsenenversion von Where is Waldo? Okay Weil Waldo und Wald Der Waldo Ja, es ist Was heißt gefallen? Also es war spannend, ja In dem Sinn Ich finde es auch relativ lustig Dass die Bildsprache immer so aufgebaut war Dass man ihn halt immer nie so wirklich gesehen hat Also dass er immer getarnt hinter irgendwelchen Steinen Oder im Gestrüpp mit seiner Tarnweste oder was er da aufhatte Rumgezogen ist An sich Die beginnt ja eigentlich Beginnt ja diese Szene schon Und dass er auf diesem Motocross-Bike Davon fährt Ja Und dann in den Wald rein Was die Szene gut gemacht hat Man ist selbst so irgendwie ein bisschen mit angestrengt Weil das Gelände Und er läuft dann so diesen Wald hoch Und es ist steil Und man merkt Es gefällt ihm nicht Und es gefällt den Bullen nicht Ja, du merkst ab einem gewissen Moment auch Ist keiner so wirklich zufrieden Ab einem gewissen Moment merkst du auch einfach bei den Bullen So, wo die sich alle denken So, boah Alter, ich hab echt keinen Bock mehr jetzt gerade Wobei insbesondere diese Verteidigungssequenz Wenn er sich da die Fallen zusammenbaut Die fand ich wirklich sehr, sehr gut Und auch da muss ich sagen War es in meinen Augen auch sehr, sehr gut inszeniert Wie es gemacht worden ist Dass du Rambo dann eben gar nicht so wirklich siehst Oder erst wenn er sich eben bewegt Also Und die Fallen haben in meinen Augen wirklich weh getan Wo der eine diese Stöcker durch die Oberschenkel durchkriegt Ja, das hätte ich jetzt auch nie unbedingt Also wenn ich jetzt morgens in die Arbeit gehe Und dann Wenn ich in so eine Falle reinlaufe Will ich mich wahrscheinlich krank melden Wäre sehr schön Wenn irgendwie dein Arbeitskollege auf die gruloreiche Idee kommt Solche Dinger im Büro aufzubauen oder so Gott Bring hier niemanden auf dumme Gedanken Ja, dann solltest du vielleicht zuhören Dass deine Arbeitskollegen diesen Podcast nicht hören Doch, ich mache immer Werbung dafür Ähm Ja Der Waldspaziergang Das war halt etwas anstrengender Wie sagten die Ärzte noch in einem Songtitel Der Waldspaziergang mit Folgen Ja Äußerst Äußerst Grandiose Folge Ach ja Also Auch da Obwohl er ja eben keine Knarren hat Oder da alle zu Klump geschossen oder so Fand ich persönlich sehr sehr gut Ist vielleicht meine Lieblingsszene Also diese ganze Partie Wenn er da die Fallen aufbaut Und Die Polizisten nach und nach Ausschaltet Und ich finde es auch gut Die Fallentaten weh Aber mich hat es auch in dem Moment nicht gestört Dass man jetzt nicht zu viel Blut gesehen hat Ne Och Gott Ich weiß gar nicht Ob ich da so viel Blut erwartet habe Wie gesagt Es sind In den letzten Jahrzehnten Ist so viel passiert Da ist das ja schon fast ein FSK 12 Würde mich Würde mich auch nicht wundern Wenn der irgendwann Wobei der ist ab 16 Ich denke nicht Dass der irgendwann mal runtergestuft wird Ja ich glaube ja Aber ich sag mal Im Vergleich dazu war es nicht Rambo 3 Der mit den meisten Filmleichen Im Guinness Buch der Rekorde stand Doch Doch Aber wurde der nicht irgendwann mal abgelöst Ja ich Ich weiß gar nicht mehr von wem Keine Ahnung Und dafür finde ich Finde ich dann Rambo 1 Tatsächlich noch sehr zahm erzählt Was aber auch durchaus in Ordnung ist Weil ich glaube mit mehr Blut Und noch mehr Richtigen Gewaltakten Wäre für mich auch Die Message des Films Einfach auch gar nicht rausgekommen Na gut Ich meine Rambo selbst Bringt ja niemanden um Also wieso sollt da mehr Blut Und mehr Gewaltakte sein Der könnte allerhöchstens Den Leuten Gliebmausen abschneiden Und dann wieder zunähen Fachmännisch Und dann hättest du vielleicht Blut Ohne dass er die Leute tötet Aber er amputiert ihnen in Arme Wobei mir jetzt aufgefallen ist Einmal riskiert er den Tod Von dem Polizisten Ne Wenn er sich vor den einen hinstellt Dann liegt Der liegt glaube ich mit seinen Beinen Oder sowas Der hatte dann auch irgendwelche Stöcker Wieder in den Beinen Liegt auf dem Boden Stellt sich direkt vor den Ja Der Polizist legt an Schießt Und erwischt dann glaube ich auch Den Polizisten in der Schulter Oder sowas Also ab einem gewissen Moment Ja stimmt Stimmt genau Ab einem gewissen Moment Ist es bei ihm auch so weit Dass er das durchaus in Kauf nimmt Dass Leute dabei sterben Ja Ich mein gut Er hat Wie gesagt Er wird ja auch angegriffen Also von dem Es ist nicht so unverständlich Ich hatte schon überlegt Ich weiß nicht ob du mal Von dem Buch gehört hast Also es gibt ja eine literarische Vorlage Zu Rambo Nein habe ich noch nicht Und in dem ist es nämlich so Dass Rambo wirklich eine Ein-Mann-Armee ist Also da geht es ja noch weniger Um diese Um diesen zerrissenen Veteranen Sondern er ist einfach eine Maschine Und da hatte ich jetzt noch Gestern bei der Sichtung überlegt Ob nicht so ein, zwei Szenen vielleicht schon gedreht worden sind Oder ins Drehbuch mit aufgenommen worden sind Mit der Idee Rambo eben als Ja Seelenlose Maschine darzustellen Und eben nicht Wie es jetzt im Film ist Als schon fast verletzlichen Vietnamrückkehrer Gut aber auf der anderen Seite Wenn er sich irgendwie So als seelenlose Maschine Dann herausgestellt hätte Hätte man mit ihm dann Überhaupt noch connecten können Also ich habe nur gelesen Dass die Überlegung war Das eben genauso zu inszenieren Wie im Buch Aber ganz ehrlich Ich frage mich nicht Wie das da alles abgelaufen ist Ich habe es auch nicht gelesen Und dann aber Auch Stallone sagte Nee, nee Ich glaube Eine etwas ambivalentere Figur Wäre nicht schlecht Also ich wüsste nicht Ich hätte jetzt keinen Grund Wieso So eine Figur cooler sein sollte Als das Was es dann letztendlich In den Filmen geschafft hat Naja gut Dann guck dir Rambo 2 und 3 an Weil genau da hast du es Ja Gut Schauen wir mal Und da wird natürlich Da wird natürlich Die Kamera auch genau so gehalten Dass wirklich jede Szene cool ist Mit seinem Mit seinem roten Stirnband Und der dicken Knarre Da noch in den dicken Oberarm Und so Also da wird schon Ein bisschen mehr so zelebriert Er ist da weniger Der gebrochene Typ Sag ich mal Ja aber noch kann ich mich Davon fernhalten Und ein gutes Bild Von John Rambo In mir Weitertrag Aber der heiratet doch Dann irgendwann mal Oder nicht Jetzt wo du sagst Da schwirrt irgendwas rum Aber ich hab auch schon die Hat der nicht Also ich hab mich Bei Rambo 5 Ging es da nicht Irgendwie so ein bisschen Um eine Freundin Oder eine Geliebte Oder irgendjemanden Ne Oh Gott Ne Irgendwie die Die Tante Oder die Irgendwas Boah ist das jetzt Gefährliches Halbwissen Ne ich glaube Das war die Die Tante Oder die Ehemalige Haushälterin Oder so Und davon die Tochter Ja gut Wenn Ja Jeder wie er will Ich schreibe es niemandem vor Wen man zu rechnen hat So genau Es ist die Haushälterin Und deren Enkelin Wird Entführt Und dann Sagt Rambo Ey ich rette jetzt die Enkelin Weil du bist meine Haushälterin Und ich bin ein toller Typ Das ist ein guter Arbeitgeber Wahrscheinlich hat er die ganzen Jahre Zu wenig gezahlt Und sagt jetzt Ja eben so Irgendwas muss ich ja machen Confuela Ich hole dir deine Tochter zurück Die Figur von Rambo Nochmal ganz kurz Ja Wird ja eben popkulturell Als ja Der Action Appetit Der Ja man kennt die Aufsteller Man kennt die Man kennt die Szenen Man kennt die Verarsche Durch Hotshots Und ähnliches Hattest du Das vorher erwartet Dass du einen verletzlichen Rambo hast Dass du einen hast Der auch mal Bluten kann Der auch mal verletzt ist Der sich auch mal eben Nicht wohl fühlt In seiner Situation In der er sich befindet Wenn du mir diese Frage gestellt hättest Bevor ich mich für Filme interessiere Und Filmgeschichte hätte ich mit Ja geantwortet Äh mit Nein geantwortet Hätte ich gesagt Nein das kann ich mir nicht vorstellen Denn mein erster Kontakt mit Rambo War tatsächlich Hotshots Und das Musikvideo Von Green Jelly Three Little Pigs Da kommt ein Knetmassen Rambo Der dann die drei kleinen Schweinchen Über den Haufen schießt Und mit den Worten I'm your worst nightmare Und ich schätze mal Das kommt glaube ich Irgendwie so aus dem Aus dem zweiten oder dritten Teil Und das war für mich Jahrelang der Rambo Der dann tatsächlich vorherrscht Einer der zum Einkaufen geht Und nicht bezahlt Nein er schießt Die gesamte Belegschaft Einfach nieder Um sich sein Müsli zu holen Jetzt hast du mir richtig Bock Auf dieses Musikvideo gemacht Weil das kenne ich nicht Es ist auch so typisch 90er Jahre Und dann irgendwann mal Habe ich mich ja Durch mein Studium Und was ja viele Leute Nicht wissen ist Dass ich ja durchaus Auch ein etwas professionelleres Verhältnis zum Filme machen habe Ich habe mich ja dann auch Mit Drehbuchschreiben Und allem befasst Auch Drehbücher geschrieben Und da kam dann auch So das ein oder andere Mal Rambo als ein Beispiel Für gute Charakterzeichnung Vor In manchen Fachbüchern Und deswegen Ja War mir das dann Doch geläufig Siehst du das denn genauso Dass wir eine gute Charakterzeichnung Im ersten Rambo haben? Für die damaligen Verhältnisse Reicht es Würde ich behaupten Weil wie gesagt Es ist immer Es ist unglaublich In den letzten zwei Jahrzehnten Glaube ich So viel passiert Ich meine Es wird sich ja jetzt Immer wieder drüber aufgeregt Die Filme Die werden jetzt bloß noch Für blöde gemacht Und so weiter Und so fort Und es wird immer alles erklärt Und so weiter Und so fort Aber Im Endeffekt Weiß ich nicht Ob das tatsächlich so stimmt Zumindest was Was Charaktere angeht Die dürfen heutzutage Glaube ich Auch nicht mehr Zu platt geschrieben sein Weil Das irgendwie Sich falsch anfühlt Oder Amateurhaft Geschrieben Und Ich glaube Früher Konnte man Sowas noch besser kaschieren Vielleicht weil es Solche Figuren Einfach auch noch Nicht zuhauf gab Also ich Ich sehe das nämlich ähnlich Klar Wir haben eine relativ Ambivalente Figur Keine Frage Dieser Sprung Aber dahin Den fand ich auch Ein bisschen Der ging ein bisschen Zügig auf seinen 90-Jahren Ja Ich meine Es ist auch immer Ein bisschen schwer Zu sagen Wir haben jetzt Seit knapp Zehn Jahren Haben wir so eine Große Serienschwemme Auch Und man gewöhnt sich Relativ schnell an Dass Jeder Kleine Furz Der in einem Charakter quer steht Irgendwo Davor Einen Grund Haben Muss Und wenn der Nicht drin ist Dann ist es einfach Schlecht geschrieben Oder erklärt Und Das war Damals einfach Nicht so Ich meine Da wurde einfach Dann harter Cut Und das war es Und wenn es dir Nicht gefällt Dass die Person Sich jetzt so entscheidet Dann egal Friss es Oder 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 nicht Und ich glaube Dass man doch Heutzutage doch Sehr viel kritischer ist Ja Vielleicht wird auch In manche Sachen Zu viel rein Interpretiert Das könnte ich mir Auch manchmal vorstellen Und Ich bin mir auch Manchmal nicht sicher Was ich besser finde Weil Rambo bietet mir Einfach In meinen Augen Gelungenes Action-Drama Der zwar etwas Oberflächlich An der ganzen An der ganzen Sache rankratzt Aber dennoch Mir vermitteln kann Warum handeln Die Akteure so Und selbst Den Polizisten Kann ich Ab einem gewissen Moment verstehen Also verstehe mich Nicht falsch Nicht die Die Rambo Da im Knast Misshandeln Oder so Aber selbst Der Polizist Der irgendwann Rot sieht Weil er sagt Der hat meinen Freund Getötet Der macht Chaos In meiner Stadt Der widersetzt sich Den Regeln Er denkt zwar nicht Darüber nach Dass er sich im Vorfeld Scheiße verhalten hat Aber dennoch Hat er dann Ab einem gewissen Moment natürlich Dann auch Diese Idee Der hat meinen Freund Umgebracht Dafür will ich Auch Rache haben Und selbst Der Polizist Auch wenn er Natürlich als Der Böse In dem Film Dargestellt wird Sagt ja auch An mehreren Stellen Selber Bitte erschieß Den nicht Wir wollen den Lebend haben Und wir müssen Die Sache klären Wir müssen das Generell aufklären Und Da sind ja Viele Missverständnisse In diesem Film Die eben Dann zu der Großen Geballer Am Schluss führen Ja klar Also mir persönlich Reicht die Charakterzeichnung Ich kann aber auch Jeden verstehen Der sagt Nö Also das ist mir Jetzt einfach Auch zu platt Ich mein Wie hättest du Die Charakterzeichnung Von Rambo Dann sonst noch Machen können Jetzt bleiben wir mal Dabei Dass wir sagen Okay der Film Soll dann aber auch So seine 90 Minuten Irgendwie bleiben Dann hättest du Vielleicht noch die Option Habt ein Zwei Flashbacks Mehr Flashbacks Sind aber jetzt Nichts unbedingt Super elegantes Von dem Egal wie man es Gemacht hätte Man hätte es Wahrscheinlich nur noch Schlechter gemacht Und wenn du Dann wirklich in die Tiefe Gehen willst Dann musst du halt Tatsächlich das dann So machen wie Spike Lee Jetzt bei The Five Bloods Wo der Hauptdarsteller Dann auch sein Trauma Irgendwie hat Und bewältigen will Aber da bist du halt Dann in einem Knapp dreistündigen Film Also von dem her Wobei der Ansatz Der fand ich Der war da Also gerade das letzte Gespräch zwischen Rambo Und seinem Colonel Der dann ja auch noch Zur Rate gezogen wird Da blitzt es in meinen Augen Durch Ja klar Klar Also da ist dann auch Wirklich dieser Moment Wo er wirklich Dann auch in dem Gespräch Schon zerbricht Und auch anfängt Zu weinen Und sagt Ich bin nicht schuld Und die anderen haben angefangen Und da kommt es durch Aber ich gebe dir recht Ich glaube Dieses Gespräch hat für mich Persönlich zumindest ausgereicht Um ihn genug zu charakterisieren Dass ich sagen kann Ja ich akzeptiere das In diesem Film so wie es ist Ja Und nur mehr Gespräche Hätten den Film ja auch dann eben Etwas länger gemacht Und ob es dann dadurch Besser gewesen wäre Wage ich jetzt mal Dahin zu stellen Du hast halt immer die Gefahr Dass du dann Zwölf, dreizehn Minuten Szene drin hast Die einfach den Film Nicht vorantreibt Und die Charakterzeichnung Ja vielleicht Ein bisschen mehr Farbe gibt Aber vielleicht Einfach anders Besser gewesen wäre Es ist vorbei Ich bin mir und bin da Und wissen Sie was Was die hell Die yelling about Es war ein Es war ein Es war für alle Rammbo Es ist all in der Pass Jetzt Für dich Für mich Sevillian life ist nichts In der Field Wir hatten Code of Honor Du watch mein Ich Watch yours Back hier Was ich gerade ganz interessant fand War War als du sagtest Wer macht denn sowas heute noch Glaubst du Dass Mir fällt da zumindest Jetzt gerade eben Auf die Schnelle nichts ein Dass ein ähnlicher Film wie Rambo Heute noch funktionieren würde Weil man darf nicht vergessen Bei einem Budget von 15 Millionen Hat der damals weltweit 125 Millionen eingespielt Und war damals schon Ein richtiger Reißer Glaubst du So was wird heute noch funktionieren Meinst du jetzt mit der Machart Oder Ja so generell Also klar Ich rede jetzt nicht von einem Remake Aber so eben dieses Dieses Schema Ein Mann Armee Relativ Man kann Rambo natürlich Eine gewisse Tiefe nachhalten Und die ist auch vorhanden Aber es ist ja jetzt auch Keine Charakterstudie Über einen Veteran Der wiederkommt Und seinen inneren Konflikt beherrscht Sondern es ist und bleibt Ein Actionfilm Ich lass noch ein Actiondrama durchgehen Zumindest in meinen Augen Glaubst du Das wird heute noch Irgendwie funktionieren Und Ich sehe auch da eben das Problem Du hast natürlich mit Sylvester Stallone Eine Figur Der wie dafür gemacht ist Diese Rolle zu spielen Für mich persönlich Ich habe momentan Keinen Schauspieler Dem ich sowas ähnliches Zumuten könnte Wo ich sagen würde Der würde das auch so transportieren Alleine von seiner Körperlichen Präsenz her Ne Also ich meine Man könnte es unter Umständen Hätte man es irgendwann mal Mit Vin Diesel Oder solchen Leuten Irgendwie probieren können Aber Tatsächlich Tatsächlich ja Es ist aus dem Grund Und auch schwer Aber der müsste sehr viel Sehr viel schneller Hektischer Vielleicht ein bisschen Stylischer sein Und so Und vielleicht Gehen dann so Sachen Wie John Wick Ein bisschen in die Richtung Dass man sagen könnte Dass John Wick So ein moderner Rambo ist Aus dem Grund Weil halt Story Meistens relativ Geradlinig ist Aber Der Unterhaltungswert Ist gegeben Du hast so eine gewisse Charaktertiefe Die sich aber nie Mit dieser Story Irgendwie streitet Wer jetzt da der Star ist Sondern Alles schön Gediegen Und ich meine Du hattest So was Damals Ich meine Es gibt gute Rache-Movies Wie zum Beispiel History of Violence Finde ich Da hast du halt dann auch Immer so eine Art Ein-Mann-Armee Mit dabei Aber ich könnte mir Jetzt zum Beispiel Nie vorstellen Dass Viggo Mortensen Mit dieser Figur Ein Fünfteile-Franchise Gemacht hätte Und Liam Neeson Will auch niemand mehr sehen Von dem her Den wollte aber schon Nach Teil 2 Keiner mehr sehen Ja Das war ja das Furchtbare dabei Ja Also von dem her Wenn es irgendwelche Action-Stars gibt Die Stallone-mäßig Unterwegs sind Ich wage das zu bezweifeln Aber die passen auch Gar nicht mehr so In unsere Zeit Ich finde den einzigen Den man versucht Noch in dieses In dieses Klischee Reinzudrängen Ist immer noch Jason Statham Ja klar Aber der konnte Er konnte irgendwie Ich meine Ungelohnt Also er sieht ja schon Gut aus Er hat ja schon Eine gute Physis Aber er kommt einfach Auch mit seiner Physis Nicht an einen Schwarzenegger Und an Stallone Oder sowas ran Nee nee Gott die Stallone und Schwarzenegger Sind ja zwei He-Man-Figuren Eigentlich im Prinzip Zumindest die In den 80er Jahren Wo du das auch Gerade sagtest Dass Stallone Unterschätzter Schauspieler ist Ich habe auch Manchmal das Gefühl Dass eben vergessen wird Dass er auch eben Einfach Rocky gespielt hat Ja klar Und insbesondere Die ersten beiden Da steht ja das Boxen Und er als Als Figur Gar nicht so im Vordergrund Oder als Als körperliche Figur Sondern es geht ja eher Als Um ihn als seelische Figur In dem Fall Ja eben Und das hat er ja auch Wirklich mit Bravour gelöst Das Ganze Ich glaube hat doch Damals sogar Ein Drehbuch Oscar bekommen Genau Für Rocky Also Es gibt Ja noch ein anderes Ende Und ich hatte ja Das Originalende Mit dem Gespräch Mit Troutman Und Rambo Das hat mir ja Sehr sehr gut gefallen Um ihn einfach Als zerbrechliche Person Zu zeigen Ich weiß nicht Ob du es Wusstest Oder mal gelesen hast Es gibt noch Zwei andere Enden dazu Und zwar In dem einen Wird Rambo Von Troutman Nach einem Gespräch Erschossen Und in dem anderen Erschießt Rambo Sich selbst Nach dem Gespräch Mit Troutman Wir lassen jetzt Einfach mal Das ganze Franchise Was drumherum Ging Mal außen vor Weil mit Einem von den beiden alternativen Enden Hätt es ja niemals Eine Fortsetzung geben können Außer Die wären auf die Idee Dann hätte ich es ihm abgekauft Aber An dem Punkt Fand ich die Charakterzeichnung Dann auch nicht Tief genug Um So ein Selbstmord Irgendwie Ja Ja Wie sagt man Der wäre mir dann Zu sehr Kai Aus der Kiste gekommen Und Dass er Den Colonel umbringt Keine Ahnung Nee nee Der Troutman Hätte Rambo erschossen Achso Der Troutman Hätte Rambo erschossen Dieses Ende Verstehe ich gar nicht Nee also Mir gefällt auch Die Die Lösung Wie es Wie es jetzt Gemacht worden ist Die gefällt mir Persönlich auch Am besten Und das war auch Glaube ich die Wofür sich Stallone eingesetzt hat Naja klar Weil dann Konnte er noch Weitere Filme Drehen Nee Ich finde sie Definitiv auch Am besten Es gab mal Eine Zeit lang Viele Viele Filme Mystery Filme Oder Krimi Filme Da war die Auflösung Immer Fahrerflucht Immer war es Fahrerflucht Ich meine Bei solchen Dramen Militärdramen Immer schießt Sich irgendjemand Selbst in den Kopf Ist aber schön Wenn es mal Jemand nicht Macht Stimmt Bleibt mir übrig Schon fast was anderes Dass dieser Anti-Held Dann einfach mal Überlebt Überleben Heimgehen Sagen Mal duschen Oder so Mal gut scheißen Gehen Das Als allererstes Erstmal so richtig Schön Einen in die Keramik setzen Und sich entspannen Abspannen Rambo 2 Wobei ich es ja auch In Ordnung fände Dass einfach der Film Damit geendet ist Er kriegt Handschalt Angelegt Bumm Ende Und nicht noch Irgendein Gespräch Mit Ja vielleicht Müssen wir ein Auge Zudrücken Und vielleicht Meint er das Gar nicht so Am Ende Finde ich Am Ende Finde ich einfach Dass die Ich hätte da Keine Auflösung Gebraucht Ich finde es gut So wie es ist Also wenn jetzt Noch irgendein Gespräch Mit dem Mit dem Sheriff Gewesen wäre Der sagt Ja ich kann ihn Ja verstehen Und der hat mir Zwar gerade in die Füße Und die Beine Geschossen Aber Vielleicht können wir Doch gehen lassen Also Es kommt dann so Fünf Jahre später Und dann stehen sie Miteinander irgendwie So an der Ranch Und schauen irgendwie Keine Ahnung Irgendwelchen Rodeo Reitern zu Und dann Kennst du mich noch Ja du hast mir Die Beine geschossen Komm lass es uns Vergessen Dann packt der eine Eine Pulle Whisky Ja so ein Scheiß Also wenn sowas Gekommen wäre Dann Dann hätte ich den Film Auch nicht so gut Bewertet Muss ich sagen Hast du noch Irgendwas Ne Also nichts Nichts Wichtiges Weiß nicht Ob ich mir Rambo 2 Wirklich anschauen soll Ich werde das jetzt So mal ein bisschen Mit mir herumtragen Und dieses Positive Gefühl Das mir der Film Gegeben hat Oder beziehungsweise Das positive Bild Das mir der Film Von sich gegeben hat Das trage ich jetzt In mir Und irgendwann mal Komme ich sicherlich In so eine Phase Da ich sage Ich muss jetzt Meinen inneren Rambo Zerstören Und dann schaue ich Rambo 2 Also wenn du Rambo 2 Nicht als Fortsetzung Siehst Sondern als gänzlich Eigenen Film Glaube ich Funktioniert der besser Ich will an der Stelle Jetzt auch nicht sagen Dass ich Rambo 2 Scheiße finde Also Der hat mir auch noch Der ist auch noch Ganz unterhaltsam Aber eben auf einer Ganz ganz anderen Ecke Und in einem ganz Anderen Bereich Weil das ist wirklich Eben das Testosteron Kino Was du erwartest So das Das reiht sich ein In Phantomkommando In die ganzen Dolph Lundgren Chuck Norris Filme Und ähnliches Und der zweite Finde ich Der geht noch Und ich kann aber Verstehen wenn du Jetzt erstmal Eine Pause brauchst Besonders weil du Bald Last Blatt gucken musst Oh ja Aber Einfach Und wenn es nur ist Ich weiß nicht wie dir Hotshots 2 gefallen hat Und wenn es nur ist Um die ganzen Gags dahinter zu verstehen Jetzt mal eine blöde Frage Das blaue Licht Wo kommt das vor Ist das Rambo 2 Oder Rambo 3 Wo bin ich im dritten Okay Ja ich werde da irgendwann Mal eh mal durch müssen Von dem her Also alleine aus Film Filmhistorischer Sicht Ist es schon ganz spannend Was auch mit der Figur passiert ist Weil ich kann mich noch Daran erinnern Als Ich habe zwar relativ früh Den ersten Rambo gesehen Aber der stand jetzt Nicht als erstes Bei mir In diesem ganzen Riege der Actionfilme Die ich mir als Kind Oder Heranwachsender Ansehen wollte Und da habe ich dann Rambo eben auch Immer für Ja diesen Übermensch Gehalten Und alleine Das dann Zu sehen Das macht schon Spaß Ja aber du siehst Ja halt mal auch Wie diese Diese ganze Marketing Schiene Schon seit Jahrzehnten Einfach funktioniert Die wenn Den irgendwie In eine gewisse Ecke Reindrängen wollen Dann Machst du aus dem Kindergarten Kopf einen Serienmörder Ja ja Und das ist da Definitiv passiert Der hat Also im Endeffekt Hat sich Rambo So ein bisschen An die Zeit angepasst Anfang der 80er War das noch in Ordnung Was First Blood Gezeigt hat Aber dann eben 85 Wo dann auch Schwarzenlänger Aufs Parkett Getreten ist Da musstest du eben Die stumpfe und Ruhe Gewalt haben Und das bekommst du In den Teil 2 Ach was war das Für Zeiten Aber ich meine Schlussendlich haben wir Jetzt auch im Gespräch Meine letzte Frage Geklärt Ob eben der Film Popkulturell noch Relevant ist Oder wie der Stand Von Rambo heute noch ist Aber alleine dadurch Dass ja im Vorletzten Jahr Noch ein fünfter Teil Rauskam Hat er ja nie Wirklich an Relevanz Verloren Also irgendwo scheint Die Figur ja immer noch In der Popkultur Vorhanden zu sein Also ich glaube Aus der Popkultur Kriegst du den Nicht mehr raus Der hat sich da Eingebrannt Ob es natürlich Jetzt ein Rambo Noch in 50 Jahren Geben wird Das wage ich dann Zu bezweifeln Also aber Wie gesagt Da gibt es dann Eine neue Generation Von Rambo Ähnlichen Oder wie gesagt Es kommt ja auch immer Ein bisschen drauf an Welches Männerbild Ist da gerade Und so weiter Und so fort Also von dem her Okay Wenn du nichts mehr hast Nee Ich bin Ich bin Komplett leer geredet Es war sehr angenehm Mit dir Max Hat mir eine Freude Gemacht mit dir Über Rambo zu sprechen Mir auch Und freut mich natürlich auch Dass wir zusammen Einen Film gefunden haben Der dich jetzt nicht Verstört hat Oder gelangweilt hat Oder so Nee 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 Alles gut Ich weiß gar nicht Ich hab dir ja Im Vorfeld Hab ich dir eine Liste Zukommen lassen Mit mir Ich weiß gar nicht Was da sonst noch drauf stand Ich hab noch den Marsianer Im Kopf Der war auf jeden Fall Noch mit drauf Müsste ich noch mal Nachgucken Aber wenn du Bock hast Bist du gerne Bald nochmal eingeladen Eben Also wie gesagt Da würde ich mich natürlich Über eine Re-Einladung Sehr freuen Und Ja natürlich Dich auch mal wieder Beim Telehost Zuhören Das können wir auch Das können wir gerne machen Schlussendlich liegt es jetzt Nur an den Hörern Dieses Podcast Wenn die das für gut befinden Dann Werde ich dich definitiv Wieder einladen Weil es hat mir wirklich Spaß gemacht Und Macht der Laune Mir auch Mir auch Vielleicht bin ich ja dann Öfter mal zu hören Hier In eurem Movie Break Kosmos Sehr gerne Ja Schaltet bei Max auch ruhig mal In den Tele Stammtisch Und insbesondere In Tele Horst rein Dann könnt ihr auch Den guten alten Du mal hören Wenn er nicht mit mir spricht Oder mit Thomas Da ist er Da ist er Da ist er so gut Da blüht er fast auf Schraubt die Erwartung Jetzt nicht ganz so hoch Nein Klarer Empfindung Ich weiß gar nicht Wie unsere Homepage ist Tele-Horst De Oder man googelt es einfach Das ist glaube ich am schlauesten Telehorst Das kriegen wir hin Oder du machst einfach Clickbaiting Und kommentierst unter dieser Folge Dann einfach nochmal die Website Oder den Spotify Link Oder sowas Das kriegen wir schon hin Max es war mir eine Freude Mir auch Ja und dann alle Zuhörer Danke dass ihr uns beiden Zugehört habt Wie wir über Rambo sprechen Ich hoffe es hat euch gefallen Liked uns Teilt uns Abonniert uns Und ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Und bis bald wieder Ciao Ne Ich meine die Action Meine Katzen töten sich Gerade gegenseitig Falls da irgendwas zu hören Seid Ich hoffe sie heißen Nicht Rambo und Rocky Oder sowas Ne Warte mal Ich muss jetzt hier Ganz kurz einen Kronkorken Auf die Katzen werfen Damit es auseinander gehen So Jetzt Bin ich wieder da Das lassen wir drin Das lassen wir drin Und hoffen Dass niemand sich wegen Tierbrutalität Oder sowas Dann beschwert Ne Ich habe den Kronkorken Auch nur in die Richtung geworfen Und sie sind einfach nur erschrocken Wegen des Geräuschs